Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es um das Thema Entscheidung gefallen. Der Aktienmarkt hat sich nun entschieden. Wir zeigen Ihnen das aktuelle Szenario. Ebenso haben wir Bitcoin dabei. Aktuell dann entsprechend ein neues Projekt stellen wir Ihnen vor, wo wir sehr, sehr viel davon halten und auch Potenzial sehen. Und wir nun schauen, dass wir hier einsteigen werden. Und ebenso haben wir CKB-Network mitgebracht. Das wurde bereits mehrfach gewünscht, sowohl in der Telegram-Gruppe als auch unterhalb der Videobeschreibung. Wie immer alles nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es um das Thema UR30 Dow Jones. Wir sprechen alles gemeinsam durch. Und zwar geht es für uns heute darum, wir sprechen gemeinsam die Entscheidung an, denn für uns ist die Entscheidung nun gefallen. Wir sehen das aktuell so, dass wir sagen, der UR30 hat nun eine kleine, größere Korrektur vor sich. By the way, wir sehen gerade, der Ampcoin ist nun ausgebrochen 20%. Sie erinnern sich noch an unser Video. Ampcoin 20%. Wir schauen uns das gleich mal live an. Und wir haben hier von einem Range Breakout gesprochen. Sie erinnern sich noch, das war jetzt nicht Teil des Videos, aber wir wollten es mit Ihnen sehr, sehr gerne teilen. Und Gratulation an alle, die bei Amp eingestiegen sind. Sehr, sehr schöner Ausbruch an dieser Stelle. Freut uns sehr. Ja, gehen wir zurück zum Geschehen. Verzeihen Sie dies bitte. Und zwar geht es hier in den Bereich des UR30. Der Abverkauf hat sich nun angebahnt. Wir hatten hier einen Fakeout nach oben. Wir hatten ja hier, wie Sie sehen, nun entsprechend zwei Pfeile, wo wir mitgeteilt haben, okay, der Richtungsentscheid steht an. Und wir haben nun unsere FIP-Level-Boxen zum 0,382er Fibonacci-Level. Da liegt das Mindestziel bei 32.432. Und auf der Unterkante bei 31.724. Wir möchten hier nochmal kurz mit Ihnen eine Information teilen. Und zwar geht es für uns in diesem Feld darum, wir haben das Symmetrical Triangle, sind hier ausgebrochen. Und wir haben hier mal von der Range gesagt, wir nehmen mal eine etwas kleinere Range. Und Sie sehen hier, wenn wir hier das Range-Target nehmen, dann würden wir genau in dem 0,382 Fibonacci landen. Wenn wir jetzt aber hierher gehen und sagen, wir würden das ganze Spielfeld nehmen, dann würden wir sagen, okay, wir nehmen hier das komplette Ziel-Target und setzen das hier unten ein. Das ist ein Werkzeug, um zusätzlich nochmal detaillierter das Ganze betrachten zu können. Was uns aber nicht sehr, sehr schön gefällt, und das zeigen wir Ihnen, wir hatten hier keinen sauberen Touchpoint. Und das sind dann für uns so Kriterien, wo wir sagen, okay, das jetzt genauer zu betrachten, würden wir primär hier entsprechend sagen, die Zielbereiche im Bereich der 32.314 werden für uns eher primär erwartet. Da uns einfach der Touchpoint nicht gefällt und eine Messung sollte immer am Touchpoint liegen, das ist unsere persönliche Meinung an dieser Stelle. Das heißt, wir würden den mal optional setzen, gemeinsam mit Ihnen hier auf eine gestrichelte Linie, sagen, das sollte so auch passen. Und ja, soweit mal unsere Primärerwartung. Und wir sollten nun den Abverkauf dann durchziehen. Das heißt, hier ja noch circa 2,8%. Wir zeigen Ihnen aber gleich nochmal ein Szenario, was wir Ihnen mitteilen, wo wir jetzt den ganzen US30 Index dann erwarten. Ja, das heißt, nachdem wir diesen Zielbox abgearbeitet haben, geht es für uns in die nächste Zielbox. Sie sehen hier schon das 1,6 Cent Achterfib Level. Und wie Sie unseren Kanal bereits kennen, wir haben hier eine Mindestzielbox. Ja, und die liegt bei 36.448 und oftmals werden diese gerne überschossen. Aber wir rechnen uns die Mindestzielboxen, weil wenn wir entsprechend sagen, wir gehen jetzt hier long, dann nehmen wir immer unsere Mindestzielboxen, sagen danke, sagen danke, denn wir sind da, wie Sie es von uns bereits kennen, die letzte Zitrone. Die soll dann jemand anders ausquetschen. Ja, dann schauen wir uns noch hier den Ados Chart an. Und auch hier unserer Meinung nach keine klare Entscheidung, denn man muss ganz klar sagen, hier, das sieht sehr schön aus. Das, ja, ist irgendwie eine verhungerte rechte Schulter, aber kann man gelten lassen. Und wir sind weiterhin hier sehr gespannt. Deswegen müssen wir das Ganze an dieser Stelle leider weiterhin vertragen für eine klare Situation. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass wir eine Abseits sehen. Wir haben gesagt, wenn dieser Widerstand bricht, dann könnten wir es mit einem Direktausbruch zu tun haben. Noch haben wir ihn nicht geschafft. Sollten wir diesen dann nehmen, aber dann geht es für uns hier richtig massiv nach oben und die Altcoin Rally startet. Deshalb warten wir weiterhin ab. Wir möchten es auch an dieser Stelle sagen, um hier eine klare Entscheidung zu treffen. Unser Zielszenario, der Ausbruch und weitere Party, bleibt aber aktuell komplett bestehen. Dann schauen wir uns den Bitcoin Chart an. Wir hatten es hier in unserer RSFM Trading Gruppe mitgeteilt. Sehr, sehr wichtig. Unser Zielszenario liegt nun aktuell hier im Bereich der 26.756. Für diese Bewegung, leider würde ich sie nun heute invalidiert, so wie es aktuell aussieht. Wir könnten uns hier entsprechend noch auf den Tageschart retten, der dann das Ganze etwas so aussehen lässt. Aber wir müssen auch an dieser Stelle den 8-Stunden-Chart eine Chance geben. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, man setzt das ganze Szenario hier nochmal neu an, schaut, wo könnte man das Ganze hier vielleicht nochmal neu berechnen, vielleicht gibt es hier nochmal eine Steigung. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Szenario und sagen, sollten wir das verlieren, dann gäbe es hier die Möglichkeit auf ein so mögliches Chartbild. Das heißt für uns, wir würden jetzt hier eine Rejection erwarten, kommen dann runter in den Bereich der 23.600, steigen hier an 24.3 circa, dann 23.3, 65, ganz grob alles. Und von dort gibt es dann den Push. Ja, diese Werte sind jetzt nur Beispielwerte, die können natürlich auch ein paar hundert Dollar abweichen, aber so grob könnte sich der Verlauf dann aufspielen. Wir bleiben weiterhin bei unseren Anstiegen und wir bleiben weiterhin dabei, dass wir weiter nach oben gehen. Unsere Primärerwartungen und ja, so viel dazu. Dann schauen wir uns Dezentralland Games an. Und zwar, wir hatten das Projekt für alle, die uns seit Tag 1 folgen, nahezu das Projekt irgendwann schon mal vorgestellt. Ja, jetzt hat sich einiges in diesem Projekt getan und wir haben uns den Chart angeschaut. Wir machen das gleich sehr, sehr gerne gemeinsam. Und hier sehen Sie nun Play Poker in the Metaverse. Auch hier gibt es auf OpenSea bereits Klamotten. Sie können sich dann in den Metaverse hinsetzen und hier entsprechend Poker spielen mit ihren Klamotten und dort in Ether können Sie dann Kleidung kaufen. Wir möchten aber Ihnen zeigen, Play in your Browser, Play in the Metaverse, Challenge Mode, Tournament Mode, das ganze Ding wurde hier erweitert, Buy and Own a Wearable, also das ist super, super spannend. Und jetzt schauen Sie sich mal das Ganze an. Partnered with Polygon, Dezentralland, Alchemy, Atari. Also Sie können sich das Ganze selbst mal anschauen. Also hier ist jetzt richtig was los, unserer Meinung nach in Dezentralland Games. Und das wird unserer Meinung nach noch ein Riesenhype werden. Ja, das ist aber nur unsere persönliche Meinung. Und ja, dazu haben wir den Chart dabei. Und der Chart sieht von uns so aus, als dass wir ausbrechen werden. Und sollten wir hier den Ausbruch direkt schaffen, erwarten wir hier auch Anstiege bis 16 Cent. Das heißt, vom aktuellen Kurs sind es 234 Prozent. Schade, wir haben es leider selber zu spät gesehen. Wir hatten das Projekt nicht mehr auf dem Schirm. Er hat bereits vom Boden schon 138 Prozent gemacht. Aber wir geben dem Projekt eine richtige Chance, dass der hier eine richtig schöne Party machen wird. Ja, das ist auch nur unsere persönliche Meinung. Wir geben dem Projekt eine richtig geniale Chance. Wir schauen nun, ob er den Ausbruch direkt schafft. Meistens ist es nicht so. Aber da gibt es keine Garantie, sondern meistens kommt er nochmal runter. Und wir würden dann quasi hier einsteigen. Ja, das Ganze schauen wir uns nochmal an, ob das jetzt hier sich so ausspielt oder nicht. Ja, und dann würden wir hier gegebenenfalls nochmal einkaufen. Und ja, dann könnten wir hier Ihnen gerne nochmal eine Zielbox mitgeben. Nur unsere persönliche Meinung. Und wir werden zu handeln. Wie immer keine Anlage- und Finanzberatung. Dann schauen wir uns noch das CKB-Network an. Hier haben wir für Sie noch das ganze Szenario mitgebracht. Und zwar war hier gewünscht Anstiege. Das haben wir Millimeter abgeholt hier oben. Haben gesagt, jetzt die Korrektur. Die Korrektur ging bis hier unten. Wir haben hier die Pfeile heute mitgeteilt. Und so wie es aussieht, könnte die Korrektur nun mit einer Fortsetzung weitergeführt werden. Das heißt, nun geht es dann hier in den Bereich der 0,0008 Dollar Cent. Ja, soviel mal aktuell zu Nervous Network. Wenn Sie noch Fragen haben, Coin-Wünsche oder sonstiges, jederzeit gerne unterhalb der Videobeschreibung finden Sie alle Informationen. Und ansonsten lassen Sie gerne ein Video und ein Like da. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.